Musik Das Afrika-Panorama im Tierpark Hagenbeck wird bewohnt von zwei seltenen Rothalsstraußen, zwei vorwitzigen Warzenschweinen und einer Herde reinrassiger Chapman-Zebras. Hengst Frank und seine vier Stuten Yassi, Vicky, Gypsy, Shirina und, voila, dem nur wenige Tage alten Neuzugang Nana. Das Kleine ist jetzt gerade vier Tage alt. Sie ist eine Mädchen. Sie ist getauft worden auf den Namen Nana, was Swahili bedeutet, Lady, was passt. Weil ihre Mutter, Yassi, ist nämlich unser Haupttier hier auf der Anlage neben der Hengst, die sie auch verweibeln. Und die Mutter ist sehr, sehr stolz. Und die Tochter wird wahrscheinlich genauso werden. Und daher den Namen Lady passt super und kann es gut merken. Und ich freue mich darüber. Die Geburt ist relativ schnell, weil in Schutz der Dunkelheit muss diese Frau geboren werden und auch gleichzeitig aufstehen. Weil morgens warten schon die erste Löwen, normalerweise, beziehungsweise die Apare und so weiter. So, die ersten 24 Stunden sind sehr, sehr kritisch. Hier im Tierpark machen wir das ein bisschen anders. Wir haben natürlich den nötigen Schutz. Es sind keine Löwen direkt nebenan. Aber auch Mutter und Kind müssen sie kennenlernen. Und diese Phase dauert bei uns etwa drei Tage. Und so war es hier bei Nana. Sie ist drei Tage in Stau gewesen mit der Mama. Die Mutter-Tochter-Bindung ist gestärkt worden in die Zeit. Und jetzt ist konzipiert die Außenanlage und wird auf jeden Fall geschützt von Mama. Bei jeder Gefahr läuft sie entweder hin oder Mama ist da. Aber die anderen Zebras sind auf jeden Fall neugierig, haben aber nichts zu sagen. Bei dem morgendlichen Gesundheitscheck wurde bereits Nanas Geschlecht bestimmt und ein Identifikationschip implantiert. Nur die allerwichtigsten tierärztlichen Maßnahmen wurden durchgeführt, um keine Unruhe in die kleine Familie zu bringen und um eine Trennung von Mutter und Tochter zu vermeiden. Etwa 30 Kilogramm wiegt ein neugeborenes Zebrafohlen, während die ausgewachsenen Tiere, je nach Geschlecht, zwischen 175 und 300 Kilogramm wiegen können. Aber die spontanen Boxsprünge des kleinen Zebramädchens sind ohnehin aussagekräftiger als sein Gewicht in Kilogramm. Außerdem gelten Zebras als ziemlich gefährlich, nicht nur, weil sie scheu und wehrhaft sind. Denn Stress passt so gar nicht in die afrikanische Steppe. Weder zu den Warzenschweinen noch zu der Teichhundfamilie, die ihre Jungen im Teich davor großzieht. Doch der Star des Afrika-Panoramas ist jetzt die kleine Nana. Und sie lehnt sich an starke Schultern. Schließlich ist Mutter Yassi das dominante Tier in diesem Gehege. Yassi ist unser Auferweibchen, das heißt, sie ist sowieso nur Nummer eins hier drauf. Chapman Sieber leben in Familienverbänden, das heißt ein Hengst und mehrere Stuten. Und Yassi entscheidet im Grunde immer, wo die Gruppe längst geht. Sie entscheidet auch, wer zu stressen darf. Der Hengst läuft einfach mit. Yassi eigentlich ist ein Zympeltier, aber lässt sich von niemandem was sagen. Schweige die Warzenschweine oder Strauschen, was auch noch hier drauf sind. Sie ist auf jeden Fall das dominante Tier hier. Wir reden nicht mehr von der Hengst, es ist dominant, aber die Frauen haben diese Sorgen als der Hengst. In zwei Monaten erwartet Reviertierflieger Toni Körscher noch ein zweites Fohlen. Bis dahin hat sich Nana bestens eingelebt und kann einen kleinen Spielkameraden prima gebrauchen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017